Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und heute geht es um den Unterschied der Begriffe in der Regel voraussichtlich und circa. Ihr denkt, das hört sich alles gleich an? Nicht so in den Ohren mancher Richter in Deutschland. Denn wenn ihr einen Online-Shop betreibt, dann macht das genau den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Worum geht es? Nun, es geht darum, dass das Oberlandesgericht Hamm gerade festgestellt hat, dass die Zirka-Angabe einer Lieferfrist nicht ausreichend konkret genug ist und damit abmahnfähig. Um es konkret zu sagen, ein Schuhverkäufer, der meinetwegen Schuhe anbietet und sagt, die sind in circa drei Tagen da, der verhält sich wettbewerbswidrig und kann eine Abmahnung von einem anderen Schuhverkäufer kassieren. Genauso sieht es aus, wenn er sagt, in der Regel in drei Tagen sind diese Schuhe da. Auch abmahnfähig, das hat das Oberlandesgericht Bremen gesagt. Dann gibt es noch die Angabe voraussichtlich ein bis drei Tage. Auch dazu haben sich die Bremer Richter geäußert, die sagen, auch voraussichtlich ein bis drei Tage ist zu ungewiss. Auch das ist abmahnfähig. Und jetzt kommt's. Genau diese Bremer Richter, die schon mal sich zu voraussichtlich und in der Regel geäußert haben, die sagen aber, wenn Schuhe in circa drei Tagen da sind, dann ist das in Ordnung. Aber ich hatte ja gerade am Anfang des Videos gesagt, das Oberlandesgericht Hamm ist anderer Meinung. Und die meinen, circa ist zu ungenau. Ja, was denn nun, liebe Onlinehändler, was sollt ihr jetzt machen? Am besten ihr sagt, dass die Schuhe sind da in ein bis drei Tagen. Dann habt ihr ganz genau den Zeitraum definiert. Und dann müsst ihr allerdings auch sicherstellen, dass die Schuhe dann wirklich da sind. Aber wer erstmal solche Wischiwaschi-Angaben in seinem Angebot hat, der kann abgemahnt werden. Und solange der Bundesgerichtshof hierüber nicht entschieden hat, wie der Unterschied zwischen den Worten in der Regel voraussichtlich und circa ist, da sind solche Abmahnungen für Onlinehändler einfach leider an der Tagesordnung und unser tägliches Geschäft. Denn wir müssen uns dann mit den Abgemahnten hinsetzen und überlegen, was man hier tun kann. Bei einigen Punkten sehen wir tatsächlich, dass man hier noch was tun kann. Aber wer sich das nicht traut, bis zum Bundesgerichtshof zu marschieren, für den kann es einfach teuer werden. Was hat das denn überhaupt für Konsequenzen für die Nutzer und die Käufer? Eigentlich relativ wenig, denn ihr habt sowieso das 14-tägige Widerrufsrecht im Onlinehandel. Das heißt, alles, was ihr dort kauft, könnt ihr, nachdem die Ware bei euch eingetroffen ist, erstmal testen. 14 Tage lang passt es nicht, könnt ihr es wieder zurückschicken. Also egal, wann die Brocken ankommen, da spielt in der Regel voraussichtlich circa für den einzelnen Kunden jedenfalls keine Rolle. Das soll es gewesen sein. Also eher ein bisschen Aufklärung für die Händler, aber auch ein bisschen für die Kunden. Gerne bis zum nächsten Mal hier in unserem Online-Kanal wbs-law.tv. Wir freuen uns über jeden neuen YouTube-Fan und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.